Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise. NZZ Akzent Hallo Meret. Hallo David. In Deutschland herrscht grosser Aufruhr. Die Recherche über ein konspiratives Treffen rechter Politiker in Potsdam treibt die Menschen auf die Strasse. Ja genau, es gab in mehreren Städten grosse Demonstrationen. Und das war eine Reaktion auf eine Recherche des Kollektivs Korrektiv, die vor einigen Tagen veröffentlicht worden ist. Und die Journalisten hatten ein Treffen in einem Hotel in Potsdam observiert, bei dem es um die sogenannte Remigration geht. also um ein Konzept für die Rückführung von Zuwanderern. Das ist ja nicht neu an sich die Idee. Das hört man ja von rechtsgerichteten Politikern ja bereits seit einigen Jahren. Warum treibt es aber die Menschen auf die Strasse? Ja, Korrektiv hat eben bekannt gemacht, dass bei diesem Treffen neben einigen bekannten Rechtsextremisten auch Vertreter der etablierten Politik teilgenommen haben, insbesondere Politiker der AfD. Und die Demonstrationen sind insofern ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD. Die Idee der Remigration stammt aber gar nicht von der AfD, sondern bei diesem Treffen wurde sie vor allem von einem jungen Österreicher propagiert, der dort als Hauptredner eingeladen war, Martin Sellner. Und dieser Martin Sellner verfolgt die rechtsradikale Idee, Millionen von Ausländern zurückzuschaffen, schon seit Jahren. Wie er sein radikales Gedankengut bei rechtspopulistischen Parteien etablieren konnte, erzählt Österreich-Korrespondentin Merit Baumer. Ich bin David Vogel. Also Merit, dieser Martin Sellner, der ist in Österreich ein Begriff. Ja, also Martin Sellner kennt man gerade in den politisch interessierten Kreisen schon länger in Österreich. Mit der Corona-Pandemie und den Maßnahmen, die in Österreich ja ziemlich streng waren, ist er als Kritiker eine sehr bekannte Figur geworden, die auch regelmäßig an diesen Protesten teilgenommen hat, die es eine Zeit lang fast jedes Wochenende gab. Ich wiederhole, weiß ich in dieser Versammlung, strafliche Vorgänge eigentlich. Wenn ich das nicht sagen, trefft mit zwei Masken. Ich bin, muss ich sagen, überrascht, und zwar positiv überrascht, wie viele Menschen da waren, um ein friedliches Zeichen des Widerstandes des Protestes gegen diese Maßnahmen der Regierung zu setzen. Aber bekannt ist Sellner eigentlich seit Jahren als Rechtsextremer. Er ist 35 Jahre alt und er gilt als Kopf der identitären Bewegung, die sich selber als neurechte Gruppierung bezeichnet, eine rechtsextreme Gruppierung, die nicht nur in Österreich aktiv ist, sondern auch im benachbarten Ausland und die sowohl in Deutschland wie auch in Österreich vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Er ist in einem Vorort von Wien aufgewachsen. Sein Vater ist ein Homöopath, die Mutter Englischlehrerin. Und er ist dann als Jugendlicher in die Neonazi-Szene gerutscht. Er war auch bei einer antisemitischen Aktion beteiligt als 17-Jähriger. Da hat der Aufkleber mit Hakenkreuzen an eine Synagoge geklebt und wurde dafür auch verurteilt. Das fand ich damals irrsinnig witzig. Und Jahre später hat sich Martin Sellner auch in seinem eigenen Podcast zu dieser Tat geäußert. Und er distanziert sich relativ klar davon und nennt das sogar niederträchtig. Ich war vor Ort, habe mit denen gesprochen, ich habe Sozialstunden abgeleistet. Und ich habe auch wirklich eingesehen, auch damals schon, sah ich auch in dem Livestream, dass das mies war. Das ist kein Akt von Politik. Das sind ja recht deutliche Worte, die er da findet. Ja, das ist vielleicht überraschend. Aber wenn man genau hinhört, was er sagt, er macht diese Unterscheidung eine Altrechte-Bewegung und eine Neurechte-Bewegung. Das ist keine Form von politischer Äusserung. Eine politische Äusserung, ob links oder rechts, ist eine Demo, eine Aktion, eine Banneraktion, ein Video. Dieser plumpe Neonazismus, dass das auch in einem Land wie Österreich überhaupt keine Akzeptanz mehr findet und dass das eigentlich seinen Ideen schadet. Also damit wird er nicht so ernst genommen, wie wenn er so auftritt, wie er es heute tut. Immer gepflegt im Ausdruck, auch im Auftritt, wie er sich kleidet. Damit wird er viel eher ernst genommen heute. Also das heisst, Martin Senner ist immer noch rechtsradikal, aber ohne diesen ganzen Neonazi-Schnickschnack. So kann man sagen, eigentlich ein rechtsradikaler Intellektueller. Ja, genau. Und auf diese Weise hat er erkannt, dass er viel eher seine Ideen etablieren kann. Hat er es geschafft? Ja, ich würde sagen, das hat relativ gut funktioniert. In Österreich vor allem, würde ich sagen. Einerseits mit diesen klassischen Strassenaktionen, also die Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen. Das war etwas, wo sich etablierte Parteien, insbesondere die Freiheitlichen, angeschlossen haben, beteiligt haben. Wir haben heute eine europaweite Partiode. Aber auch beim Thema Remigration. Da hat er im Sommer letzten Jahres, haben die Identitären eine Demonstration in Wien veranstaltet. Eine Remigration-Demonstration haben sie es genannt. Und da haben sich auch die Jungfreiheitlichen zum Beispiel beteiligt. Also die Jungpartei einer Gruppierung, die schon sehr, sehr lange in Österreichspolitik mitmischt. Eine Frage hätte ich noch zu Remigration. Was bedeutet das eigentlich? Was will er denn da eigentlich? Das macht er eben relativ geschickt. Er verwendet diesen Begriff, den man aus der Migrationsforschung kennt. Und einfach, es heisst, es gibt eine Migration und es gibt auch eine Remigration. Was er aber damit meint, sind massenhafte Abschiebungen. Es gibt Leute, die das auch als Deportation bezeichnen. Er meint damit zum einen Asylbewerber, die nicht als Flüchtlinge aufgenommen worden sind. Das ist dann wieder eine Position, die die Politik teilt, die etablierte Politik. Aber er spricht eben auch von Menschen allgemein mit Migrationshintergrund. Und also sogar auch Eingebürgerte, die sich nicht kulturell assimiliert haben. So formuliert er es, dass auch solche Menschen abgeschoben werden können. Krass. Aber Sellner ist nicht nur auf der Straße unterwegs. Es gelingt ihm in Österreich, seine Botschaften auch in den sozialen Medien natürlich zu platzieren, aber auch im Fernsehen. Wir sagen, wir brauchen einen Stopp der Massenzuwanderung. Das wollen Sie erreichen. Und wir wollen eine Politik der Leitkultur und Remigration. Das sind unsere Ziele. Er verbreitet die Verschwörung des grossen Bevölkerungsaustausches. Eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Ist keine Theorie. Wir sagen, es findet ein Bevölkerungsaustausch statt in Österreich. Das ist ein Fakt. Ein absichtlicher. Ein demografischer Wandel. Der ist nicht absichtlich, er wird zugelassen. Und damit wurde Martin Sellner in Österreich wirklich zu einer Art rechtskonservativen Intellektuellen. Und seine Botschaften kamen im politischen Diskurs des Landes an, weil die FPÖ ihm dafür quasi als Vehikel gedient hat und das aufgenommen hat, diese Position. Und das hat sich auch politisch ausgewirkt, weil 2017, wir erinnern uns, ist die FPÖ an die Regierung gekommen, damals unter Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und 2018 hat die Regierung dann den Austritt aus dem UNO-Migrationspakt beschlossen, den Österreich mit ausverhandelt hatte. Das war ein unverbindliches völkerrechtliches Dokument. Aber Sellner hat eine Kampagne dagegen gemacht, die Identitären. Und die FPÖ ist dann darauf ausgesprungen und die Regierung ist unter diesem Druck aus dem UNO-Migrationspakt ausgestiegen. Wir sind gleich zurück. Was viele nicht wissen, der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen sie mit Fernbold 100% klimaneutral. Also, in Österreich greifen die Botschaften von Martin Sellner. Aber, Meret, dieses konspirative Treffen war ja in Potsdam, in Brandenburg, der Nähe von Berlin. Wie hat er diesen Schritt nach Deutschland geschafft? Ja, Sellner ist eben mit der Identitären Bewegung wirklich sehr einflussreich geworden im ganzen deutschsprachigen Raum. Er tritt in Deutschland an Demonstrationen auf. Zum Beispiel 2016 war er in Dresden an einer dieser Pegida-Demonstrationen. Und er ist wirklich zu so einer Art internationalen Redner auch geworden. Bei einem Auftritt vor belgischen Burschenschaftern denkt er laut darüber nach, wie man diese Ideen in die Institutionen bringt. Und auf diese Weise ist dann auch diese Düsseldorfer Gruppe auf ihn aufmerksam geworden. Deren Ziel ist, laut der Recherche von Korrektiv, war Geld zusammen für migrationskritische Anliegen. Und sie haben Sellner dann als Referenten eingeladen für ihr Treffen in Potsdam Ende November letzten Jahres. Ach so, jetzt schliesst sich der Kreis. Genau. Dieses Treffen hat dann stattgefunden im Landhaus Adlon, einem Hotel in Potsdam. Und es soll nicht bekannt werden. Also die Kommunikation mit den Gästen erfolgt nur per Brief. Es soll nicht elektronisch ausgetauscht werden. Und Martin Sellner soll dort sein Konzept zur Remigration, über das er schon oft geschrieben hat, auch ein Buch geschrieben hat, präsentieren. Und es kommen eben einige bekanntere Politiker, vor allem von der AfD. Es ist zum Beispiel Roland Hartwig dabei. Das ist die rechte Hand von Alice Weidel, also der Co-Parteichefin. Und es sind auch Mitglieder der Werteunion anwesend. Das ist so eine rechtskonservative Gruppierung innerhalb der CDU. Wie weiß man denn das so genau? Wie hat das Korrektiv denn überhaupt das herausgefunden? Die haben einen Journalisten eingeschleust, der dann mit versteckter Kamera gefilmt hat und das dokumentiert hat. Und das Hauptthema der Veranstaltung ist laut Korrektiv wirklich dieser Plan, wie man das umsetzen kann, Zuwanderer abzuschieben. Und Anfang Januar haben sie das dann publiziert, ihre Recherche. Ein Bericht über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern. Hochrangige AfD-Politiker denken darüber nach, wie Millionen Migrantinnen und Migranten und sogar unliebsame Deutsche ausgeschafft werden. Die Publikation dieser Recherche schlägt in Deutschland, ich glaube, man kann das sagen, wirklich wie eine Bombe ein. Es ist eine wirklich große Empörung, eine breite Empörung. Und es distanzieren sich alle politischen Parteien davon. Der Bundeskanzler äussert sich dazu und erinnert an die dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte. Ja, die Reaktionen sind entsetzt. Und auch die AfD-Co-Chefin Alice Weidel beendet die Zusammenarbeit mit ihrem Mitarbeiter, mit Roland Hartwig. Jetzt, was machen wir mit dieser Empörung? Also wir wissen, wer dabei war. Wir wissen, dass es Exponenten gibt innerhalb der AfD, die die Sympathie haben für die Ideologie von Martin Sellner. Nur seine Idee ist ja, dass die Ideologie, die er propagiert, dass die sich etabliert bei den rechtspopulistischen Parteien. Und das ist ja geschehen, egal ob wir jetzt davon wissen oder nicht. Ja, also das würde ich auch so sehen. Er hat eben sein Ziel eigentlich erreicht. Das schreibt er auch in einem dieser Aufsätze für so eine rechte Publikation. Und Herbert Kickl, der FPÖ-Chef, wurde in einem ORF-Interview jetzt dieser Tage danach gefragt und hat das Konzept im Prinzip verteidigt. Was verstehen Sie unter Remigration? Und hätte man uns zugehört, anstatt uns zu verteufeln, dann bräuchten wir heute über viele Probleme nicht reden. Und auch den Kontakt, den es gibt zur identitären Bewegung, hat sich nicht distanziert. Er nennt die Identitären eine rechte NGO, also verharmlosen, weil die werden in Österreich und in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet. Und Kickl ist der Favorit für die Nationalratswahl, die spätestens im Herbst in Österreich stattfinden wird. Aber wenn er jetzt so offen eine gewisse Sympathie zeigt für die Ideologie von Sellner, das wird ihm doch schaden. Ja, das ist eben die große Frage. Da gibt es einige Experten, die sagen, dass das jetzt so ein breites Thema ist, diese sogenannte Remigration, dass das eigentlich diesen Parteien eher hilft, weil es einen Teil in der Bevölkerung gibt, die mit dieser Idee sympathisieren und massenhafte Abschiebungen als einen Teil zur Lösung des Problems sehen. Und das heisst, der Martin Senner kann sich eigentlich im Moment die Hände reiben? Wahrscheinlich muss man das so sagen. Also so prominent wie gerade jetzt war er sicherlich noch nie. Liebe Merit, vielen Dank und liebe Grüße nach Wien. Danke dir, David. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin David Vogel. Bis bald. зачast Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020